Es ist nicht am Papier, Entschuldigung. Silence at the start, please. Silence at the start, please. So, in diesem Hit sehen wir also Russland, Korea, China und Österreich. Und Haon Park aus Korea, the Korean lady, who is a really incredible lead at the moment. Eine Runde hat 111 Meter, also viereinhalb Runden sind 500 Meter. Es wird auf der gegenüberregenden Seite gestartet. Wir feuern natürlich alle an. Und in Kürze werden wir das Glockenzeichen hören. Und very soon, we will have the first final lap. We will hear, the bell is ringing now for Haen Park from Korea. Und mit der Nummer 13, Natjana, 5-4-4 unterwegs, winner in the finish, Haen Un Park, winning this preliminary heat. So, und feiern wir die Nummer 13, Natjana Pfeifhofer. Winning time for Haen Park from Korea, 64 secondes.